Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Raft Part. Also, wenn ihr dieses, diese Sequenz hier seht, dann könnt ihr euch eigentlich schon denken, warum ich hier direkt hinaus will, bevor hier halt der richtige Part losgeht. Äh, es gab wieder eine Panne bei den Videos. Dieses Mal bin ich aber komplett unschuldig. Ähm, nämlich die Datei zu dem davorigen Stream Part zu Raft ist fehlerhaft. Beziehungsweise sie ist kaputt und ich hab schon versucht sie zu reparieren, es funktioniert nicht. Also, ja, da bin ich diesmal unschuldig. Ich hab diesmal keinen Fehler gemacht, wie beispielsweise bei Dead Island, wo ich zweimal einen Fehler bei einem Part gemacht habe. Wenn man da das Video schneiden will, ich hab da dieses uralte Störbild, was man vom Fernsehen kennt. Also, ja, die Datei ist nichts zu retten. Ich kann ja kurz drauf eingehen, was passiert ist. Es ist nicht so extrem viel Wichtiges passiert. Halten ich und Akaya wieder auf dem Meer ein bisschen rumgesegelt. Zusammen mit Sunny. Ja, Sunny war dabei. Und, ja. So, wir haben die Radardinger gebaut, sind zum ersten Storyteil gelaufen, zu diesem riesigen Turm. Also, den Turm, den man im Wasser findet. Und das war eigentlich auch schon soweit alles. Also, ihr habt da nicht sonderlich viel verpasst. Ihr werdet jetzt gleich auch direkt dort den Anfang sehen, wo ich und Akaya dann da bei dem Turm sind. Da hab ich übrigens noch mein altes Model, das nicht so Dämon-mäßig war. Also, ihr könnt euch denken, der Stream zu Raft, der ist noch recht alt. Also, es besteht für mich auch keine Möglichkeit, irgendwie nochmal den alten Stream nochmal runterzuladen, der jetzt kaputt ist. Die Möglichkeit steht komplett weg. Worauf ich natürlich nochmal eingehen kann, ist, weil das manche Leute nicht verstehen. Bei Raft, das schneide ich extremst, Leute. Also, ich weiß, dass der ein oder andere das nicht versteht, aber... Bei Raft, da sind wir hauptsächlich nur am Rumfahren und am Sammeln. Und so etwas schneide ich meistens raus. Also, wenn es irgendwie so mit diesen Storyinseln zusammenhängt, dann lasse ich das teilweise ankert. Aber... Wenn es halt wirklich nur so diese Überfahrten sind... Sofern wir nichts Neues bauen, schneide ich da alles raus. Weil das für euch null interessant ist, wie wir jetzt zum Beispiel 50 Mal unseren Haken ins Wasser werfen. Oder auf den High einkloppen. Und den dreimal umbringen. Das ist für euch null interessant. Das sage ich euch auch für zukünftige Parts nochmal. Dasselbe ginge übrigens dann auch zu anderen Themen. Hier Richtung Survival-Craft-Games. Da wir solche Spiele sehr häufig spielen. Und ich Survival-Craft-Spiele, wie Raft und Sunkenland, eigentlich auch eher lieber im Nachhinein hochlade, geschnitten, als es gleichzeitig zu streamen. Ich wollte das nur nochmal erwähnen. Ihr habt wahrscheinlich gerade eben einen Zeitstempel gehabt, direkt zu Anfang des Videos, um diese Infos zu überspringen. Also zu diesem Zeitpunkt seid ihr dann jetzt wahrscheinlich. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ja, und je nachdem, wie es sich ergibt, werde ich wohl auch früher weg sein. Denn ich habe vor, mit meinem Bruder später noch weiter Seven Days to Die zu spielen. Okay, mach das. Ich frage den Zanni lieber mal an, wie lange der bräuchte, bevor wir hier ewig lang warten. Ich kann dir nicht beitreten. Jetzt kann ich. Ich kümmere mich dann schon mal darum, dass die Kartoffeln im Topf landen. Die brauchen ja eh ein bisschen, also habe ich dann auch in der Zeit, bis die fertig sind, Zeit, hier Raft zu spielen. Falls man fragen sollte, es gibt heute Kartoffeln mit Butter und Dill mit Brokkoli, Hollandaise Soße und Fisch. Nicht mein Gericht. Warum? Magst du kein Brokkoli oder magst du kein Fisch? Beides. Brokkoli, äh, hasse ich an sich. Brokkoli ist eigentlich ganz geil. Wie kann man das nicht mögen? Geh mir weg mit dieser Abschollung. Wenn was widerlich ist, finde ich dann Spargel und Pilze. Und gekochte Paprika. Rohpaprika, ja? Gekocht? Nein. Also sind wir da zumindest gleich. Ich sag's mal so, wenn ich Brokkoli auf meinem Teller wiederfinde, dann ist Teller mit Brokkoli wieder im Schrank. Diese Geschichte ist in meinem Leben tatsächlich sogar schon vorgefallen. Wo sind die anderen Samen? Äh, wo? Ich wollte gerade fragen, wo ist unsere Essenskiste und ich steh drauf. Warum haben wir nur drei anderen Samen? Was ist passiert? Weiß ich nicht. Vögel wahrscheinlich, was ist passiert. Wenn da immer keiner drauf achtet. Direkt, äh, Welt geht im Bach runter. Hey, weißt du was? Ich kümmere mich um den Heil. So, dann... So, ich finde, das ist mega wichtig. Meinst du nicht auch? Gibt's auch ne Möglichkeit, wie ich aufschreiben kann, wie viel Haie ich getötet hab? Nein. Du kannst mir ein Screenshot irgendwann schicken und, äh, wir zählen. Ich dachte, ich hab eigentlich gehofft, dass es irgendwie so ein Schild gibt, wo ich aufschreiben kann, wie viel Haie ich gekillt hab. So, als nächstes machen wir eine Uhr. Dann wissen wir auch stets die Uhrzeit. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal schlafen. Wo ist mein Bett? Ich bin schon bei meinem Bett. Wann hab ich das da oben angemacht? Hier müsste eigentlich ein Kasten stehen. Nee, noch weiter hoch. Achso, wie oft. Also noch nicht ganz, aber ich bin... Kann ich hier hochklettern? Achso, das war hier über ne Leiter, ich erinnere. Nee. Wenn ich hier hoch, kann man leider nicht klettern. Schade. Zu lange Raft nicht gespielt. Eine Woche und schon ist man raus. Nee, du musst hier jetzt drüber balancieren. Und jetzt guckt ihr den Sprung an, den ich mache. Du musst da über das Teil laufen und dann hier drauf springen. Oh Gott, ich verdurste gleich. Aber warte, ich hab noch was zu trinken dabei. Wie gesagt, das ist ein Jump'n'Run-Kurs. Am besten mit Sprint-Taste. Was war Sprint-Taste nochmal? Shift. Und jetzt hier nochmal dasselbe. Mit Shift da rüber. Und danach ist easy. Ich glaub an dich da unten. Ich hab's nicht geschafft, ne? Nee, bin nicht drauf. Warte. Gut. Dann nochmal hoch. Ich kann ja nochmal versuchen, so lange Vögel zu snipen. Hm. Der da unten kümmert sich so lange um unseren Raft. Soll ich den Weg nochmal zeigen? Nee, nee, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's gerade nur nochmal getrunken. Aber jetzt die Leiter hoch muss oder ob ich schon Jump'n'Run machen muss. Alles gut, ich hab's. So, jetzt kommt der schwierige Part für dich. Und Akaya, bei dir so? Ach, der ist ja gerade nochmal weg, ne? So, du musst genau da drauf springen. Hier auch. Diese klitzekleine Endstück. Mit Sprint am besten. So, und jetzt ab hier ist einfach. Und jetzt fahr ich nochmal runter. Guck. Ab hier ist einfach. Und hier oben ist dann deine neue Freundin. Da in dem Raum wartet sie. Hier steht gar keiner bei mir, aber gut. Ah, jetzt. Hallo. War ich nicht. So, ich warte auf dem Schiff auf dich. Wir haben hier schon alles gelootet. Es gibt Fallschaden? Ach ja, da war ja was. Ich find's ungewohnt, dass es Fallschaden gibt in diesem Spiel. Na ja, fliegbare Charakter. Ja, und den kann man dann so im Startmenü auswählen. Wo man in der Welt beitritt. Also, wenn ich ins Wasser springe? Im Wasser kriegst du keinen Schaden. Nur wenn du auf Ömerfestest bist. Hallo. Ach, da, 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 da. Ja, hast du wen anders erwartet? Wo ist das los? Wo ist das los? Aua! Lass mich dir in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. So, und unsere neueste Errungenschaft. Nachdem du mal unterm Floß hervorkommst. Ja, da ist noch ein Intermeer. Lass mich. Nämlich hier, unser Recycler. Den haben wir jetzt neu. Damit können wir jetzt endlich diese wunderschönen Items herstellen, die du schon die ganze Zeit haben wolltest. Nämlich die, mit denen man Handel treiben kann. Die Müllwürfel. Ja. Da kannst du Sachen wie Steine, Seile, sonst was reinwerfen. Leben, das geht nicht. Also organisches Zeug. Und wenn das Ding einmal voll ist, dann hast du einen Teil. Das kostet aber wirklich viel an Materialien und man muss eine Batterie rein tun. Ach ja, und wir haben jetzt endlich den richtigen Anker. Nice. So. Äh, welche Taste war das nochmal fürs Buch? Pui! Ne, Kuh war es nicht. Ich such grad das Handbuch. Das Handbuch des Fesel, äh, äh, auf wen dein Fiesel schweifst. Ach, Tee war's. Äh, du siehst ja, wenn du jetzt auf T drückst, dass wir da schon einiges abgehakt haben, ne? Also hier beim Radio Tower. Da haben wir die ganzen Sachen gesammelt. Diese Zahl, die jetzt da drunter ist, war Saga, äh, Lahn. Das ist unser nächstes Ziel. Möchtest du mir die Zahlen gleich vorlesen? Dann, äh, gebe ich sie hier oben in unseren Empfänger ein. So, was ist die erste Zahl? Null. Okay. Ne, nicht bei Radio Tower. Ne, ne, doch. Ja, ja, klar, Wassergalan. Äh, ich glaub, ich hab's, äh, ich glaub, ich hab's zum Ende des letzten Teams noch eingegeben. Alles gut. 0126, ne? Ja. Ja, dann hab ich's noch zum, äh, Ende des letzten Teams noch eingegeben. Genau jetzt ist die Batterie leer. So, die leere Batterie schmeiß ich mal hier rein. Magst du ein bisschen Fisch? Liesst du dir grad die Notizen durch? Hm. Aber du hast unten deine Füße in unseren Kartoffeln. Unserem Himmels Willen, nimm dich für eine Nacht. Ja, das wissen wir. Nee, ich dachte, man knuddelt mit denen. Ja, ne? Ich sollte mal was essen. Essen ist mehr als genug da in der Kiste. Ey, ganz ehrlich, wir haben vorerst genug Essen. Also zumindest was Melonen angeht und Ananas haben wir eh nicht so viele Samen. Deswegen tue ich die mittel- und Anbauflächen mal vorübergehend in die Kiste. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen mehr Platz. Wir müssen auch noch dein Bett wieder aufstellen. Ich muss grad die Kiste suchen. Hab ich schon. Hab ich schon. Äh, hier, falls du ein Nachtlicht willst. Hinter dir. Da liegt ein Nachtlicht. Ah, danke. Oh. Das war nicht gewollt. Ach, lass ihn ruhig draußen. Wir müssen eh weiter. Hier gibt's nix mehr. Ach jo. Wo hab ich mein Bett jetzt? So, was brauch ich denn für die neue Batterie? Das ist gerade wichtig. Rot und Kupfer. Okay. Erstmal richten wir am besten die Segel so aus, dass wir von der Insel auch mal wegkommen. Also mal eben kurz alle Segel ausrichten und weg von Insel. Mach du mal das hier rechts. Ich nehm die hier vor uns im Angriff. Äh, die Segel, die Segel. Einmal, dass wir weg von der Insel kommen. Man sieht es nicht so gut. Ne, nicht das. Hier müsste noch ein weiteres. Ach ne. Eins. Hast du noch zufällig eins in deinem Inventar? Ich? Ja. Nö. Weil wir hatten drei Segel und eins vermissten wir letztes Mal. Ich hab keins. Ne, wenn du I drückst. Äh, in der Tasche. Hab ich nicht. Okay. Wollt nur sicher gehen. Ein Bett, zwei Bett. Wo ist mein Bett hin? Ich hab dir irgendwo hingestellt. Weiß ich nicht. So, warte mal. Ich kann dir gleich sagen, in welche Richtung du die Segel einmal ausrichtest. Okay, unser Ziel ist genau in der Richtung, wo ich gucke. Warte kurz, sofort. Da ist unser Ziel. In fast 2000 Meter Entfernung. Äh, wo guckst du rein? Wo bist du weg? Guck mal, äh, einfach hier, wo ich bin, da in das Segel ausrichten. Das ist da oben. Das andere. Nicht das. Das andere einfach in meine Richtung ausrichten. Dann haben wir die Richtung eigentlich. Wo du hinguckst. Nein, nicht da, wo ich hingucke. Einfach in die Richtung, wo ich stehe, das ausrichten. Oh. Dann sind wir eigentlich auf richtigen Kurs. So, ne? Ja. Jetzt heißt es erst mal schön. Brauchst du Wasser? Gerade wieder fertig. Ich hab das gerade aufgefüllt. Ja, gerade wieder normales... Äh, gerade wieder Süßwasser geworden. Der Vogel da oben ist weg. Eventuell liegen da wieder Federn. Ja, hier liegen ein paar Federn. Cool. Kann man zumindest wieder ein paar Pfeile machen. Noch ein Palmenblatt. Sechs Pfeile und Metallbahnen plus ein paar Planken ergibt immer hier... Ah, guck mal, da ist die Insel. Ähm, ein paar Pfeile, wollte ich sagen. Wir können die Nacht nicht mal skippen bei der Kerle auf KS. Ja, zum Gott. Wir müssen gleich den Anker legen. Oh, da ist er ja endlich. Was? Finally! Gott! Der hat auf dich gewartet. Hast du die ganze Fahrt übergeschlafen, ey? Und jetzt bricht er morgen wieder an, ich krieg's kotzen! Jo. Perfekt. Aber ich bin noch nicht fertig mit Essen machen. Habe ich das Recht, ihn zu plagen? Nee, mein Ehepartner hasst du nicht. Akai, du weißt es noch nicht, ich und Sunny haben gestern offenbar geheiratet. Bis gestern wusste ich davon nichts. Weiß man bei der Hochzeit generell nicht irgendwie was davon, bevor es passiert. Auf einmal... Aber keiner, ey. Man weiß erst nix davon und auf einmal passiert's. Ja? Ist das nicht immer so? Dass man da durchfallen kann! Was, beim Anker? Ja! Ja. Zum Glück geht's bei den Fangnetzen nicht, das wär zum Kurven. Nö. Ich bin da eingea... Äh... Ich muss jetzt wieder weg. Kannst du dich wenigstens oben ins Bett legen, damit du nicht im Weg stehst? Und vielleicht, wenn man vielleicht nachts skippen kann, dann... Das wäre sehr nett. Nö, ich bleib jetzt einfach hier stehen, wo ich stehe. Da steh ich nicht im Weg. Dann schmeißen wir dich ins Wasser. So. Wieder ein paar Federn. Ich muss mich jetzt aber ums Essen kümmern, die Soße brennt sonst an. Warum kochst du nicht vor dem Stream? Weil ich vor dem Stream mit meinem Bruder Seven Days to Die gespielt hab. So, näher kommen wir an die Insel nicht, da ist ein Fels im Weg. Ich hab grad nicht wirklich Lust, äh, drum rumzustellen. Mach mal den Anker, dann können wir an Land gehen. Äh, bin dabei. Wenn irgendwas am Schiff kaputt geht, haben wir ja jemanden, dem wir die Schuld geben können. Genau. Dann ist der Kaya schuld. Warte, ich muss mein Inventar vorher noch leeren. Ja, müsste ich auch. Ich hab zu viel dabei. Was liegt hier? Eine rohe Rübe. Warum liegt eine rohe Rübe auf dem Schiff? Wahrscheinlich, weil ich sie aus einer Kiste grad eben geholt habe, aber wenn die Inventar voll ist, äh, wo soll es hin? Ah, kann sein. Ich hab ein Dekorationspaket. Juhu. Ich weiß es weg. Ich mach's auf. Eine Malerei. Juhu. So, warte, die Planken, die ich gerade habe, die verwerte ich eben schnell. Ich hab auch noch irgendeine Planken reingetan. Ach, hast du wahrscheinlich mitgenommen. Nee, ich hab gerade gar nichts aus den Kästen geholt. Ja, oder vorhin. Das war schon mal ein bisschen länger her. So, ich hab so viel Platz gemacht wie möglich. Warte mal, die Planken nehm ich mir nochmal raus. So, dann hab ich noch mal ein paar Pfeile mehr. Na dann. Jetzt go, Sunny. Sofort. Gib mir einen Moment. Alles ist ungefähr so gut bebaut, dass er es zumindest nicht sofort wegfressen sollte. Dann erkund mir mal diese Himalaya-Insel. Nee, das ist ein gesunkenes Schiff. Oh. Meinst du, wir finden etwas Gold? Wir müssen ja auf jeden Fall ein paar Notizen finden. Gold. Die haben einen Swimmingpool. Aber er ist leer. Mechanisches Teil aufnehmen. Ich hab ein mechanisches Teil aufgesammelt. Warum ist jetzt der Swimmingpool leer? Können wir nicht lieber das Schiff nehmen? Es wird sein Grund haben, warum es gesunken ist. Angeblich könnte man auch noch irgendwo ne Kopflampe herstellen. Aber die finde ich nicht. Kugel aufnehmen. Ich hab ne Kugel und nen Hinweis. Ist ja im Alkohol noch was drin. Oh, Ratten. Äh. Ich hol mir eben kurz ne Nahkampfwaffe. Die hatten wir einmal. Bei einer Insel gehabt. Bringst du mir eine mit? Meine ist fast kaputt. Ich hab nicht genügend Planken. Ich kann eventuell eine machen. Warte. Stimmt. Bist du von der anderen Seite verflossen? Ist was denn hier im Alkohol drehen? Weiß ich nicht. So, ein Metallsperr für mich und einer für dich. Wir retten. Klein und bissig. Hier scheint auch nicht wirklich was unter Wasser zu sein. Obwohl, nicht so früh Urteil. Am besten auch unter Wasser gleich einmal gucken. Eventuell ist hier eine Höhle. Ach, hier geht's rein ins Schiff. Wir sind ja immer ums Schiff rumgeschwommen. Ey, komm mal an den Anfang vom Schiff. Ich leg dir hier den Metallsperr ganz vorne hin. Du meinst hinten an den Anfang? Da, wo wir aufs Schiff draufgeklettert sind. Da liegt ein Metallsperr. Am Heck des Schiffs. So, hier geht's rein. Wollen wir? Jo, let's go. Ich hätte so gerne eine Lampe. Sieht hier? Hier liegt Schrott. Ich hatte gerade eh mechanische Teile aufgesammelt. Die brauchen wir bestimmt auch noch irgendwo. Wir nutzen. Hier liegt mehr Schrott. Okay, ich hab's benutzt und weiß nicht, was es getan hat. Haben wir was gefunden. Eine Brechstange. Okay. Ich kann nur hoffen, dass du hierher kommst. Okay. Noch mehr Schrott. Du wusstest, dass die Stadt eine Verlust von Ruben war. Aber es war die Brechstange. Ah. Du hast die Brechstange. Warte. Wo? Ach, ist die groß? Was haben sie dir gegeben? Gute Frage. Ich konnte nicht sehen, weil ich eigentlich... Was hab ich bekommen? Großes Fleisch geben die. Was hat die Rasse zu Fussern bekommen? Weiß ich nicht. Uran. Wir brauchen einen Bolzenschneider. Oh, ist da viel Kuss. Was weiß ich? Da ist so viel Kunststoff. Wo? Der ganze Schrank hier war voll. Uh, cool. Ich sammle gerade den ganzen Schrott ein. Da ist eine Megakiste. Äh, für das Ding da vorne brauchen wir einen Bolzenschneiderstand da. Vielleicht finden wir ja einen hier irgendwo. Ja, bestimmt. Weil ich sehe keine Möglichkeit, einen herzustellen. Ein blauer Schlüssel wird benötigt. Okay, wir nehmen einen Schlüssel und tränken ihn ins Alkohol. Dann ist der blau. Wir tränken ihn in meinem Blut. Ich bin königlich. Ab ins Badezimmer. Das ist bestimmt auch irgendwo eine Ratte. Ratti! Oh, roter Schlüssel gefunden. Ja. Den wollten wir zwar nicht, aber den nehmen wir auch mit. Ja, werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Ratte. Deine Ratte da. Ja, Akaya kommt bestimmt dann wieder, wenn wir fertig sind. Wahrscheinlich. Guck mal, ich hatte einen armen Teil mit Akaya alleine auf der Bohrinse und jetzt habe ich eins alleine mit dir hier. Zani, können wir uns entscheiden? Du machst die Tür mal zu. Wach auf. Boah, hier ist schon wieder so viel Kunststoff. Guck dir das an. Ja. Ja, ich sehe es. Naja, mehr oder weniger. Hier liegt überall Schrott rum. Gastank habe ich bekommen. Hinweis. Oder hast du den Gastank bekommen? Kann sein, dass ich den eingesammelt habe. Der ist nicht im normalen Inventar. Achso. Boah, was wir hier alles finden. Ich stelle gerade eher nach dem Schlüsselbild. Können wir das Messer nicht missen? Das macht wahrscheinlich mehr wie der Scheiß Speer. Werfen sie einfach. Hier wird der rote Schlüssel benötigt übrigens. Dann auf damit. Ratte? Ratte? Nee. Wie wir reinkommen und direkt eine Ratte erwarten. Das ist ja auch ein Haufenweise Schrott. Ja. Ich höre zumindest eine. Elektrische Leitung, Anzünder, Gassteil und eine Kugel wird benötigt. Und hier wird fünf mechanische Teile. Die müssen wir oben wahrscheinlich finden. Ich habe den Beutzelschneider gefunden. Cool. Dann let's go. Und hier ist nochmal ein mechanisches Teil. Wo ist die Ratte eigentlich? Die ist wahrscheinlich oben. Ah, gut möglich. Warte mal. Dann gehen wir jetzt erstmal mit dem Beutzelschneider in den ersten Rombas öffnen. Ja, dann gucken wir oben. Genau. Da wird wahrscheinlich dann irgendwie so der blaue Schlüssel sein oder so ein Schütz. Entweder das oder was wir da bauen müssten. Bochen wir hier. Ach, das war der blaue Schlüssel. So, Beutzelschneider. Blaue Schlüsse und eine Notiz. Perfekt. Sag ich doch. Dann hier rüber. Ruf damit. Ah, hier geht's nach oben. Boah, können wir bitte eine Lampe haben? Können wir Billard spielen? Nö. Schade. Ich nehme die halben, okay? Okay. Ah, verdammt, ich habe die Schwarz eingeloggt. Ja, gewonnen. Ach, man kann da rüber? Ja, im Springen ducken. Boah, ein Moment. Ich war es nicht. Okay, hier ist wieder ein Ausgang. In der Richtung. Da kommen wir in den Saloon, wo wir gerade eben waren. Okay. War es hier links drin? Äh, weiß ich nicht. Kunststoff. Oh, es. Hinweis aufnehmen. Ach ja, im Übrigen. Äh, zwei Suppen, falls du sie haben willst. Gerade nicht. Ja, aber für später. Die heilen ja sehr viel. Ich hab, ich hab noch sechs Heilfleisch. Suppen sind trotzdem besser. Tatsächlich. Ja, dann geht mal mit. Gib mal mit. Untersuch alle Räume, ne? Bin schon dabei. Ich hab, ich vergesse nichts. Ich kenn mich doch. Hehehe. Ich kenn dich von so einigen Spielen, wo du dann auch Settel hinterlässt. Ich weiß nicht, was du meinst. So, Jel war auch noch ein Raum, da hab ich nicht fertig geguckt. Ratte! Ratte! Die mag dich. Nein, ich sie aber nicht. Sie will dir nur ihre Zuneigung zeigen. Ich treff die irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Hallo? Stirb! Oh Gott, das ist so close. Ich bin fast tot gewesen. Da ist ein Tresor. Ja, geh du mal vor. Dann kann ich in Ruhe rechnen. Benötigt einen vierstelligen Code. Wir sollten eventuell zusammenbleiben, wenn es hier schon diese Megafiecher gibt. Hm. Die Rattees. Boah, ich guck nochmal die Liste durch. Ist hier echt keine Lampe. Wir haben letztes Mal eine Kopflampe freigeschaltet eigentlich. Okay, das ist auch noch ein Raum. Boah, man sieht nix. Noch ein mechanisches Teil. Spott. Ja. Ich hab ein Rezept gefunden. Eine Kopfbrühe. Alter, ich habe so viel Zeug, ich müsste eigentlich zum Schiff einmal kurz zurück. Same, aber eigentlich können wir nicht. Was ist das? Ja, das kam bei mir gerade eben mit raus. Wir können einmal zurück. Tatsächlich. Ich muss gerade nur den Weg finden, weil ich bin gerade blind. Bei Nacht sehen wir hier drin eh nix. True. Und der pelt nicht, der Pisser. Wie geht's hoch? Äh, hier geradeaus weiter auf die Sicherheitstür. Ah, Kati, Kati. Lass mich in Ruhe, ich bin fast tot. Gern geschehen. Ich bin so lau. So, mitkommen. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Schiff, bis ins Tag wird. Dann können wir auch Inventar leeren. So, hier geradeaus geht's raus. Äh, ja. Ich folge einfach nur dem Namen. Ich seh dich nicht, ich folge einfach nur dem Namen. Ja, ich bin nur dem grünen Schild gefolgt. Weil ich hab gerade eben auch nix gesehen. Wir müssen gleich auf jeden Fall nach oben warten. Ich weiß schon, warum ich dem gesagt habe, leg dich zumindest ins Bett. Ja. Jetzt müssen wir eine halbe Stunde warten, nur weil er sich nicht hinlegen wollte. Ja. Da können wir zumindest mal eben Sachen, Waffen und sowas herstellen. Sondern wir brauchen den Kram zurück zu bringen. So, zuallererst. Wichtig. Kopfrühe. Das ist eine Suppe, offenbar. Dafür braucht man Puffis. Wir haben Puffis. Und man braucht Milch. Das können wir im Leben momentan nicht herstellen. Aber aus den Puffiköpfen könnten wir das herstellen. Guckt mal. Eure Hüte haben einen Sinn gefunden. Juhu. Komm, legst du was da oben drauf? War keine Absicht. Ich habe da drin auch eine rote Melone bekommen. Und den einen rein. Und die ist cool gepackt. Geht er mit? Kunststoff weg. Schmeiße ich dann direkt auf den Grill. Guck mal. Wir haben sie gerade getötet und jetzt fressen wir sie. Jo. Ich hätte noch eine andere Option. Ich gehe einmal kurz aus der Welt raus. Du joinst dann wieder nach. Und dann kann er nachjoinen, wenn der wieder da ist. Weil ich sehe das nicht ein. Dass wir jetzt die ganze Nacht hier warten müssen. Nur weil er eben kurz weg ist. Wir haben extra gesagt, leg dich schlafen. Weil so müssen wir nur unnötig gerade lange warten. Sehe ich auch. So, warte noch mal kurz. Ich will nur mal eben was neues sehen. Das ist gleich super. Ich kann halt nicht gezielt Leute jetzt hier rausschmeißen. Ich sage, wenn der gleich zurückkommt, sage ich auch. Wir haben dich jetzt nicht aus irgendwelchen negativen Gründen rausgeschmissen. Sondern wir mussten die Nacht irgendwie skippen. Ja, gut, dann mach. So, ich bin auf dem Floß. Wo ist mein Bett? Wo ist mein Bett? Wo ist mein Bett? Oder leg dich einfach hier bei den Grätzeln. Geht auch. Also in dein Bett. Okay. Ja, sind ja verheiratet. Leider Gottes. Du hattest den Antrag gemacht. Was willst du damit sagen? Ich habe dir den Clip geschickt. Was will ich damit sagen? So, dann gucke ich mir mal das Äußere an, während ihr jetzt gerade beide weg sollt. Eventuell finde ich ja sogar eine Höhle jetzt hier. Das sind auf jeden Fall Steine. Da ist eine Riesenmusche, die wird mitgenommen für ein weiteres Beet. Äh, nicht Beet. Ach, hier ist auch ein mechanisches Teil. Ich höre mich gerade doppelt. Naja, das kommt von Sunny. Der hat sein Mikrofon wahrscheinlich so hingestellt, dass es genau da jetzt auch die Ausgabe ist. Wirst du schon Richtung Schiff? Ja, im Wasser war übrigens ein mechanisches Teil. Könnte sein, dass wir jetzt fünf haben. Aber hier kann man das sogar nachgucken. Ja, wir haben fünf mechanische Teile. Das sollte man unten verwerten ja irgendwo. Wo kannst du das nachgucken? Äh, wenn du Tee drückst, dann ist das links. Du wirst mir Gegenstände. Okay. So, ich bin jetzt... Sind wir jetzt auch schon wieder im Schiff? Oder nicht? Ja, ich renne gerade unten durch. Einer bis zum Ende. Da war ja diese komische Werkbank. Ich glaube, ich renne gerade in die falsche Richtung. Ich bin nämlich von oben rein. Nee, von da kommst du. Ratte! Wo hast du die denn gefunden? Keine Ahnung, die kamen wir hinterher! Fleisch. Ich höre hier, was irgendwas hätte mehr läuft und da kommt die Ratte angesprungen. Och, guck mal, haben wir sogar Schrott hier liegen lassen. Ein Wagenheber. Bitte sehr. Hier, links Schleitung, anzünder, Gasdank und Vogel. Wir haben einen Gastank, wir haben ein Aufnahmegerät und eine Kugel. Das heißt, es fehlen noch eine elektronische Leitung und einen Anzünder. Ja. Den Wagenheber haben wir ja. Ich muss das rohe Fleisch nach oben packen. Wo wir damit hinkommen. So, das nächste finden wir wahrscheinlich erst auf der dritten Ebene. Also können jetzt eigentlich zwei Ebenen ins Recht hoch. Hier ist die... Warum komme ich nicht weiter hoch? Ah, jetzt. Ich glaube, das ist ein Weg oder so. Ich weiß nicht. Ratty! Weße. Ich glaube, die Ratten, die können unendlich kommen wie die Möwen. Na. Gehen wir erst mal hier links rein. Hier ist Exit. Man sieht was. Ja, ein Ausblick. Ja, aber hier ist leider Gott ist nix. Vielleicht auf der anderen Seite, wenn wir von der einen Seite wieder reinkommen. Ja, von der anderen Seite kommt man einfach nur wieder rein. Muss man auch von der anderen... Äh, von innen aus wieder aufmachen. Eventuell kannst du... Äh, ein Druck dadurch. Bist unten durch. Bist unten durch, oder? Ich mach mal hier von der anderen Seite aufheben. Von der anderen Seite verschlossen. Hier steht über hinten rum. Ja, das hat man auch schon gesehen. Oh, da unten ist noch ein mechanisches Teil. Im Wasser. Guck mal, da auf dem Felsen. Welchen Felsen? Wenn du hier ist vielleicht runterguckst, wo ich gerade stehe. Eine Kiste. Bolzen, Bolzen, Schrott und Glas. Nehmen wir mit. Kann man alles gebrauchen. Äh, da unten auf einem der Felsen. Da liegt ein mechanisches Teil. Ah. Ah, da. Äh, ich geh holen. Kannst du, äh, oder... Warte, geh du mal holen, dann geh ich schon mal die Räume erkunden. Mal gucken, ob ich das hinkriege, aber ich kann's versuchen. Ja, doch, easy. Hier. Hier hinten. Ganz weit unten. Hier, äh, direkt vor mir auf dem Stein. Ach, auf dem? Okay. Da liegt mein Schatz, das Ding. Ja. Genau das meine ich. Ein Leiter oder sowas, wo die wieder hochkommen? Glaube nicht. Muss wieder den anderen nicht laufen. Kann ich hier mit hochklicken? Nö, schade. Okay, hier geht's noch mal höher. Ah, ich kann von hier aus die eine Tür aufmachen. Kann man die auch nach außen aufmachen? Ne, nur nach innen. Äh, eine Schlüsselkarte wird benötigt. Das bestimmt jetzt Ratty. Ne. Kiste. Kunststoff. Ein mechanisches Teil. Noch mehr Kunststoff. Äh, zwei müssten wir haben. Äh, hier die Tür mach ich auch mal eben kurz auf. Hier liegen, äh, liegt ein vierstelliger Code, den braucht man ja unten. Genau, äh, wo war denn das unten? Äh, in der Hand. Guck mal, ich muss dann doch so oder so mit dir jetzt wieder nach unten. Ich komme. Bist du noch einen weiter unten? Ich bin gerade ganz unten. Ja, dann suchen wir mal den Tesor eben. Der war irgendwo auf der linken Seite, das weiß ich noch. Ratty, auf sich zu bewegen. Äh, du bist tot, du kannst ihn nicht bewegen. Es will aber. Deswegen kann er es nicht looten aus irgendeinem Grund. Hier ist der, äh, safe auch nicht. Oh, das war nervig. Ich kann die Ratte nicht looten. Dann lass die Ratte. Boah. Gott. Okay, ich bin offenbar am Tesor schon vorbei. Wo bist du? Hier irgendwo sehen, durch die Wand? Ne. Auf Tresorsuche. Ah ja, hallo. Wo wieder war das doch einen weiter oben. Ich meine... Ne, das war einen weiter oben. In einem dieser Arbeitszimmer. Ah, doch, doch, doch. Kann gut sein. Hm. Ich weiß ja nicht, wo du eben bist. Ich bin weiter oben. Such den Tesor. Hier war die Treppe. Tesor gefunden. War da nicht irgendwo... Ratty gefunden. Wo bist du? Hey, Ratty. Ich bin bei Larry. Wir bräuchten echt diese Kopflampen. Ja. Ich bin, wie gesagt, eine Ebene weiter oben. Äh. Ja, ja. Du bist falsch. Ah, ja. Hier. Ein Raum weiter, okay. Zwei Räume weiter. Ist hier noch irgendwas? Kann ich entdecken? So, vierstelliger Code wurde eingegeben. Und... Elektrische Leitung gefunden. Und ein Hinweis. Ich höre übrigens wieder doppelt gerade. Hier ist sonst nix. Jetzt müssen wir nur noch den Anzünder finden. Ich bin wieder an der Ebene weiter oben, ne? Boah, wo kommt ihr mal her? Mann! Hässliches Etwas. Bewegt ihr wie das? Äh, das geht jetzt doch. Ganz schön. Wie ja, wie ja. Er hat so gezuckt am Ende. Man konnte die kaum... Hier oben sind bestimmt auch noch ein paar Ratten. Ah, hier sieht man wenigstens ganz gut. So, einmal öffnen. Dann haben wir noch einen Augeber. Oh, kommst du her? Bin fast tot. Da kann man aus dem nächsten Ratte. Also hier brauchten wir den Wagenheber. Schlüsselkarte. Nice. Wo brauchten wir den? Ich hab's nicht gesehen. Rezept Hi-Happen. Hier. Hi-Happen, hi-Happen. Ho-ha-ha. Danke. Um das Ding aus dem Weg zu schieben. Ich höre die Viecher doch schon wieder. Sagst du? Ich höre das Vieh doch. Was hast du denn bekommen? Über die Kiste. Über die Kiste wieder haufenweise essen. Und das da. Warte ich. Ach komm. Malerei. So, wir müssen nach unten ein. Ne, hier geht's hoch. Da sind wir nicht hoch. Ah, ne, oben war der... Erstmal den, äh... die Schlüsselkarte hier rechts nutzen. Hier war's. Ach man, verpiss dich. Bin tot. Du bist runter. Ah, na klar, du bist runter, ne? Ja, aber mir liegt ne Ratte. Du musst mich einmal zum Schiff bringen. Ich hab zu viel Zeug. Man verliert ein, äh, zwei, drittel seines Inventars, wenn man, äh, respawnt. Achtung, Ratte. Absolut bekommen. Alle Türen sind offen. Du kannst mich, äh, in der Theorie einfach rausgehen und dann, äh, darüber zum Schiff bringen. Das war unsere zehnte Ratte übrigens. Ich hatte die schon vorher, den Rattenerfolg. Ne, den zehnten Rattenerfolg. Es gibt eigentlich für einen, zehn, zwanzig. Nein, nein, nein. Den, den zehn hatte ich eine Ratte vorher. Aus irgendeinem Grund. Bring mich erstmal nach Hause. Ich will auch sehen, was da drin ist. Ich weiß. Ich hab dich doch hier. Hallo. Ein grüner Schlüssel war hier drin. Uh. Die Bahn war anscheinend. Ansonsten ist hier nichts. Der ist wahrscheinlich für irgendwas ganz oben. Es ging nämlich nochmal einen höher. Ja. Och, Mann! Du hässliches Etwas. Gib mir meine Pfeile. Zurück. Ups. Ich hab da eine Pfeile. Ey, ich wollte nicht den Speer geben. Ich hab nur Metall gelesen. Ne. Kann ich dir, wie kann ich dir die Hälfte der Pfeile geben? Ach, behalte. Du hast ja zwei mehr. Gut. Oh, ich höre sie schon wieder. Geh du mal voran. Hat er ja mal keinen Bock auf Rattis? Ich sterb sonst gleich. Ich weiß. Direkt ganz gut oder war? Es geht noch mal einen höher. Ich weiß. Hier wird der grüne Schlüssel benutzt. Rezept. Ähm, Kokosnusshähnchen. Ich hab da eine Metallspäne. Äh, ja, den brauche ich. Ekelhaftes Vieh. Der Loot ist. Rohfleisch. Diese Wanne könnte auch mal gereinigt werden. Das war eine Notiz. Anzünder. Und eine Kiste. Bolzengas. Blanker. Du bist zu reden. Ach, da. Hinterbücherregal. Guck mal, sie hatten das selbe Problem. Ja. Willst du was Trauriges wissen? Wir müssen jetzt noch einmal nach ganz unten gleich wahrscheinlich wieder. Und dieses eine Ding holen, nur um ganz oben was machen zu können. Sollen wir dann zuerst runter oder zuerst hoch? Ich würde sagen, erst mal nachts skippen. Okay. Punkt für dich. Dann gehen wir danach runter. Wir müssen einmal komplett durchrennen. Wir haben die Kugel. Elektrisches Teil. Auf den Anzünder und den Gastack. Das ist alles, was wir brauchten. Genau. Dann müssten wir auch da unten nie wieder hin und können ganz nach oben. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt die Nacht hin und danach gehen wir runter. Dann basteln wir unser letztes Teil. Dann gehen wir nach oben. Oh, Blanken. So, der Chaos mit seinem Fisch ist da. Ach, der ist auch mal wieder da. Hätte ich nicht mehr gedacht. Essen kann man halt nicht unbedingt schnell kochen. Vor allem nicht Kartoffeln. Ja, wir haben den Raum neu gestartet, weil wir auch mehrmals die Nacht skippen müssen. Und wir haben dir gesagt, leg dich ins Bett. Du bist jetzt anderthalb Stunden zu spät. Das toppt alles, was ich je gemacht habe. Nee, ich war vor dir da. Wir haben eine Bombe gebastelt. Können wir da mal einen Leitflugjagd? Nee, so können wir sie leider nicht einsetzen, aber wir haben eine Bombe. Wir stecken sie einfach den Ratten in den Hintern. Wir schieben sie dem Hai hinten rein. Apropos Ratte. Apropos Ratte. Die Ratten sind zäh, mein Herr Figer. Sie halten zwar nichts aus, aber die Ratten sind nerviger. Die Ratten knabbern aber nicht unser Floß auseinander. Die knabbern uns auseinander. Das ist nicht viel besser. Die kommen in Scharren wieder. Ich habe das so weit ausgebaut, dass es erstmal nicht sofort kaputt gehen sollte. Was ich mich vor allem auf Frage ist, kann der Hai wirklich das komplette Floß kaputt beißen? Ja, kann er. Dass du gar nichts mehr hast. Oh Mann! Wie viele von euch gammeln hier noch rum? Ja! Green Force ist unterwegs. Ey, das ist jetzt schon, glaube ich, die fünfte Ratte, die wir töten. Bleib auf dem Schiff, du musst das Schiff verteilen, wenn der Hai kommt. Du bist doch unser Heizbauer. Du hast das Schiffsabenteuer eh schon verpasst. Ja, wir sind eh fast durch. Wo bist du hin? Nach oben, wir müssen nach ganz oben. Bist du nach draußen? Guck mal, ich habe den Ort gefunden, wo wir die Bombe brauchen. Warte, warte, dich, wir auch gucken. Ja, da kriegen wir auch endlich den Schiffsmotor. Danke fürs Spoilern. Ja, das ist wirklich so. Ich dachte, das wusstet ihr schon. Nein! Au! Aua! Wir sind gut wie groß. Ich wollte mir die Bombe zu nah angucken. Akaya, ich habe keine Videos von anderen geguckt. Kannst du jetzt erforschen? Lenkrad! Motor! Cool! Komm, hier, dir der Hinweis. Das habe ich dir auch zu Anfang gesagt. Ich habe zwar zu ein paar Teile zum Endteil gesehen, aber auch nicht viel. Captain, Kurs setzen? Warte mal, hier kann man auch noch irgendwie draußen machen. Eventuell liegt hier noch irgendwo was. Vor allen Dingen, wir müssen ja hier noch eine Nachricht finden. Ach nee, Balboa Island haben wir gefunden. Welchen Kurs sollen wir setzen, Captain? Äh! Bei Balboa Island. Laut Karte, also laut Notizheft, 1-0 irgendwas. 1-0-8-4 müssen wir als nächstes. Bevor wir an Schissmotoren oder irgendwas in der Art und denken. Junge, hast du mal gesehen, wir brauchen Platz. Ich weiß. Man weiß, was wir noch brauchen. Eine Batterie, um auf der nächsten Insel zu kommen. Bitte kein Heil, bitte kein Heil, ich bin fast tot. Oh Gott. Haben wir noch. So, die einfache Batterie lasse ich da jetzt liegen. Äh, ja, oder Sunny. Nee, warte, Sunny war bei mir. Er darf den Kurs vorlesen für die nächste Insel. Halt mal das Buch offen. Ehe war's, ne? Ja. Gut, guck. Balboa. 1-0. Warte, 1-0. 8-4. Wir müssen 2000 Meter ungefähr nach rechts unten. Also nach Südwest ungefähr. Ja, Captain. Wir müssen uns nur halt an dem Teil orientieren, was die Richtung ist. Die Richtung. Ich hab das erste Säge schon in die richtige Richtung gedreht. In die Richtung müssen wir. Noch ein bisschen weiter nach links. Ja. Das wollte ich auch grad sagen. So müsste Stimmung gefilmt. Wir haben wieder eine Lucky, die da oben ihre Eier liegt. Äh, Akai, falls du dich mit den Namen fragst. Ich hab einfach mal die bekanntesten Möwen gegoogelt und Lucky war der bekannteste Name. Von den Tricks, äh, Film Möwen. Frag nicht. Ist Lucky nicht eigentlich eher ein Hundename? Meistens. Hier. Kannst das ja haben. Wir nennen die Möwe wirklich nach rechts unten. Weißt du, was wir eigentlich verdient hätten? Ein Rattenkopf. Was soll ich damit? Die Reste, die bringen doch nix. Deine Belohnung dafür, dass du anderthalb Stunden weg warst. Scheint wirklich so. So, Lenkrad und Motor. Kann ich auch nix dafür, dass ich halt sonst keine Zeit hätte, das Essen zu machen. Wahrscheinlich so ein Rattenkopf wäre schon cool gewesen. Ja, das wäre wirklich cool gewesen. Wahrscheinlich müssen wir die erst einmal hier in den Forschungstisch werfen. Zum Glück haben wir hier eine Ecke. Oh, guck mal. Lenkrad und das andere ist jetzt erforscht. Warte mal, ich stelle das Ding nochmal auf. Ach, die Stirnlampe, wir müssen die Batterien noch erforschen. Ich nehme einfach mal eine der leeren Batterien und nutze sie dafür. Ich glaube, das ist unwichtig, ob mir jetzt eine volle oder eine leere. Geht mal weg. Ich will die Stirnlampe erforschen. Die braucht... Ey, guck mal. Hätten wir einfach mal nachgeguckt, ne? Ja. Hätten wir die vorher schon gehabt, ey. Die hätten euch nicht überrascht. Vor allen Dingen, wir können die leeren Batterien für das Rezept dann einfach nutzen. Ja. Frage ist, ob die Lampe denn überhaupt funktioniert. Warte. Ich such gerade. Wird jetzt getestet. Jo, die sind ja richtig günstig. Ich will auch eine haben. Weg da. Hast nicht verdient. Genau. Boah, mach die Licht. Sunny, komm mal eben kurz mit. Guck dir an, wie viel Licht die macht. Ich will auch ein, dass Essen sich nicht selber macht. Guck dir einfach mal den Unterschied an. Ey, wir hätten das Leben uns so viel leichter machen können. Haben wir noch eine Batterie? Eine leere? Äh, ich hab eine leere Batterie noch. Ja, gib mal her. Wissen du überhaupt? Beziehungsweise, eigentlich müsste die in einer der Kisten jetzt gammeln. Nee. Also, wir haben alle Kisten durchgesucht. Keine Batterie. Ich hab nur eine verwertet. Eventuell, äh, in dem Recycler ist die leere Batterie da drin. Irgendwo hab ich die leere Batterie reingetan. Ah, nee, eine hab ich verwertet und eine hab ich für die Stirnlampe genutzt. So war das. Ah, das heißt, du hast keine mehr. Okay. Warte. Wir tauschen eben kurz die alten Batterien aus, dann könnt ihr die dafür nutzen. Äh, nein. So, die war eh halb leer. So, damit hab ich wieder fünf Suppen. So, die alten Batterien hab ich ausgetauscht. Ein Seil braucht. Sunny? Ja? Die Kiste hier. Geht echt der Platz aus, wir sollten vielleicht mal irgendwie... Musst du dir dann, äh, in die Leiste da ziehen. Äh, das ist ein bisschen was ich soll. Da hat er, der hat ein Rezept auf ihn. Ja, ja, ich, ja, ich hab ein Rezept. Ein Rezept, was für dich wunderbar ist. Guck mal. Warte, äh... Heihappen, huah! Ja, aber falsches Gerät. Ach so. Heihappen! Guck mal, wir können jetzt auch die Pilze und Algen endlich verwerten. Guck mal. Und wir können meine Heihappen benutzen. So, Sunny, du musst dir einfach dieses befriedigende Bild angucken, wenn du das da drin verwendest. Diese Stirnlampe. Die hätte uns das Leben so viel leichter gemacht. Oh! Ich seh jetzt schon das Licht. Oh mein Gott, wie gut. Ja, geh mal in das Schiff rein und nutz die dann. Auf den Weg. Die hat halt eine Halbbarkeit. Ja, aber, äh, du hast keine Ahnung, wie dunkel es da drin war. Doch, ich weiß es. Ja, du hast Videos geguckt, wie nicht. Oh, guck mal, wie hell. Das Schiff ist eine der einzigen Sachen, die ich überhaupt kenne. Sunny, du hast auch eine Stirnlampe, ne? Ich weiß, ich weiß. Ich hab sogar bei dir gesehen. Warte mal, haben wir jetzt hiermit noch irgendwas zu tun? Ja. Meine Ahnung, ich glaub nicht. Ne, da hab ich, glaub ich, hier die... Das Aufnahmegerät hab ich daraus geholt. Und zwei mechanische Teile. Ich hab jetzt aber nichts gesehen, wo man die noch irgendwo verwerten müsste. Die drei Idioten. Ich und Sunny haben mir gute Arbeit geleistet. So, Akaya, warte. Ach so, Akaya, hat's dir die geklaut. Nö, ich hab mir selber eine gebaut. Junge, ich hab für jeden eine gebastelt. Da hatte ich meine schon gecraftet. Weil, du... Ähm, egal, da haben wir noch eine in der Rückwand. Ja. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Da ist ein Hai, da ist ein Hai, da ist ein Hai, da ist ein Hai. Auf ihn! Akaya, tu deine Pflicht! Ich hab keine Pfeile, ich kann meine Pflicht nachgehen. Willst du hab? Ich hab vier. Beziehungsweise mein Bogen hält nicht lange genug. Das ist es eher. Hm? Ach schade, er war schnell genug zurück. So, die Säge sind jetzt schon ausgerichtet. Jetzt müssen wir 2000 Meter in die Richtung. Und der Wind ist leider nicht für uns. Er ist genau gegen uns. Dann heißt es abwarten. Aber was wir schon mal machen können, Fall nehmen, Spaß haben. Ich hab noch so viel Kram bei mir. Dass wir zumindest freikommen. Einmal ein Glas. Komm mal, wir wegen uns doch. Ich kann so viel sagen, von der Lampe, von der du gesprochen hast, die du angeblich gemacht haben willst, sehe ich nicht viel. Ja, an einem helllichten Tag draußen bringt die auch nix. Ich meinte eher, dass ich nicht viel an der Lampe sehe mit dass hier nirgendwo eine zweite ist. Die zweite hab ich in meinem Inventar. Ich hatte für jeden eine gemacht. Und meinen Haken reingetragen. Ich hab dir schon anstürmen gesehen, du blödes Ding. So, genau da wollte ich gerade die Lampe mir rein tun. Dann tue ich sie halt hier rein. Eine kann man ja für sich da behalten. Ist ganz praktisch wahrscheinlich auf diesen Inseln. Ich finde, das ist eigentlich auch bei Nacht interessant. Warte mal, ich will mal bei Nacht dann gucken, ob man auch unter Wasser mehr sieht. Wenn die so auch noch verwertbar sind, dann sind die richtig geil. Wenn die unter Wasser funktionieren. Ja, denk mal. Eine Luxuskiste. Und ein Fass. Ich war schneller. Ist doch egal, wer die einsammelt. Hauptsache, wer haben sie überhaupt? Hauptsache, wir haben irgendwann mal vernünftige Ordnung und vernünftig Platz. Ja, ich will die ganze Zeit schon in den Platz investieren, aber irgendwer macht immer was anderes. Irgendwie haben wir nie Holz und Plastik. Ja. Wir haben acht... Wir warten mal, wo die drin investiert sind. Ich weiß es nicht. Ich schmelze ja nicht die ganze Zeit jede Scheiße. Wir müssen auch mal das ganze Metall erst verbraten. Da geht das Holz ja flöten. Können wir uns einen Metallboot bauen? Metallplanken. So. Wo war das jetzt? Ich glaube, das geht. Wahrscheinlich hier. Was ist? Das könnten wir tatsächlich sogar schon bauen, alles. Was? Man kann das schon mal bauen, das heißt aber nicht, dass wir es direkt verwenden. Was? Motor und so? Motor nicht, dafür fehlen uns die Planken. Aber das lenkt gerade. Ja. Es reicht auch ein Motor aus für unsere Haft eigentlich. Der mit einem so einen Motor betreibt nämlich 100 Blöcke. Beziehungsweise 100 Plattformen. So wie gesagt, Motor lassen wir erstmal in Ruhe, ist momentan nicht weiter wichtig. Wir haben andere Sorgen. Wir hätten aber auch die Materialien für den Motor. Junge, wir brauchen momentan keinen. Amin, dann können wir eigentlich die Rüchte die Säge abreißen. Eben. Und dann haben wir schon mal mehr Platz. Was ist da ein Platzverbrauch, wenn die eh da oben sind? Das ist auch wieder richtig. Wie gesagt, momentan brauchen wir keinen. Die Säge, die nehmen uns keinerlei Platz weg, weil die eh oben sind. Und so, das Einzige, wofür ich die Planken jetzt noch einmal an, da werde ich verwende, einfach weil wir die Muschel haben, ist ein weiteres Vogelnest für mehr Federn. Und Eier, die wir bisher irgendwie eh nicht bekommen haben. Ich habe wieder fünf Planken bekommen. So, ein neues Nest sitzt. Lucky sitzt da oben und legt seine Federn da ab. Die sollen aber auch mal ihre Kalkkugel rausdrücken. Hetzt sie doch nicht. Aber wenn man sie hetzt, dann ploppt das vielleicht versehentlich raus. Ich glaube, da kommt doch noch was anderes mit raus. Und das willst du nicht essen. Aua! Was machst du denn? Ich bin aus Versehen ins Wasser gesprungen, das war keine Absicht. So, das Heizeug jetzt nicht mehr da hinten rein. Wenn wir können, dann verkochen wir es hier im Topf. Geht nicht, ich habe die Gist verholt. Der Silberseetang wird uns auf jeden Fall ziemlich bald ausgehen, würde ich mal sagen. Ja, ist wahrscheinlich, weil wir den ersten Jambon kommen und zweitens nur bei großen Inseln vorkommt. Einfach selbst da ist da ziemlich selten. Ich würde halt trotzdem gerne zu der Insel da. Der kleine Umweg, der macht nix. Ich will das Holz einfach nur holen, damit wir hier ein bisschen bald hinter ausbauen können. Wir haben doch genug und irgendwie 28 Planken oder so. Aktuell haben wir das heute haben wir das Plastik nicht. Ich bin gerade dabei. Außerdem müssen wir auch mal loswerden. du warst ja immer schmelzen zu müssen. Hallo, du hast uns schon gesehen, für die Batterien allein brauchen wir durchgehend Kupfer. Ja, aber wir brauchen kein Metall für irgendwas zur Zeit so wirklich. Doch, allein schon für die Pfeile. Die man an sich im Nordafilm mal wieder aufheben kann, sofern man den Gegner schnell genug tötet. So, Jung, wo seid ihr? Ich bin am kochen. Kommt ihr in meine Richtung oder fahrt ihr weg von mir? Wo bist du denn? Ich bin ins Wasser, ich bin im Kisten am Hohe, der ist tot. Wir sind hier. Wo ist der Heini? Hier. Keine Ahnung, du hast dich zurück. Hey, du bist der Kett. Lass wenigstens dich zurück. warst gerade hier. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Sunny, ich bringe dir was. Was bringst du mir denn? Eine Belohnung. Hi, hi, hi. Er hat es auch gesehen und wollte es haben. Ich bin beim Anker ins Wasser gefallen. Sunny, komm mal hier hoch. Sunny, hier. Achter. Nicht passiert. Und unser Siegesessen auf unsere Reise von gerade eben. Das ist unser Festmahl. Und ich darf nicht mit essen. Du warst nicht dabei. Ja, weil ich gerade Essen gemacht habe. Na dann, lass es dir schmecken. Ich und Sunny haben unser Leben riskiert, während du Futter machen warst. Ja, weil ich es nicht hätte wann anders machen können. Hätte ich später gemacht, dann hätte mir jeder in den Ohren rumgegangen hat, wann gibt es Essen, weil irgendwie bin ich die einzige Person, die hier wirklich kochen kann. Und ja, später bin ich nochmal wieder Seven Days to Lamp zocken. So wie ich vorher auch war. Und deswegen konnte ich vorher auch nicht machen. So, ein kleines Stück noch. Oh, wir können mal andere Laternen basteln. Metalllaternen. Die kosten aber logischerweise natürlich kein Metall. Guck mal, jetzt können wir hier So, hier würde ich sagen, fangen wir jetzt auch mal an, ein paar mehr von den großen Dingen an hinzubauen. Eine Laterne. Was brauchen wir für die großen kann man die auch an eine Wand hängen eigentlich? Ne, das glaube ich nicht. die Metalllaternen kannst an diese Wände hängen. Doll. Warte mal, die eine nehme ich gleich wieder ab. Guck mal. Ja. Ist das nicht schön so? Genau da wo wir schlafen hängen jetzt so zwei Laternen drüber. Kein Kommentar. Wir brauchen mehr Schrott für Nägel. Ja, das Schrott habe ich gerade für Laternen ausgegeben, damit wir ein bisschen mehr Licht hier haben. Einfach wow. Da dachte ich mir, ich baue hier wenigstens für uns weitere große Felder, dass wir auch mal mehr Kokosnuss und so bekommen und du haust den Schrott weg. Wir haben jetzt zumindest zumindest schon mal zwei Bäume Ah, ich kann das sogar erhöht setzen, was ich gerade mache. Genau, uns Wasser gefallen wieder wieder. Perfekt. Ah, von der Seite geht's. So, denn die Palms haben wieder zurück. Guck mal, bei uns kommt langsam Licht in die Sache. Wurde auch mal Zeit, würde ich sagen. Guck mal, der Vogel hat seinen Schutz, damit wir ihn nicht aus Versehen abschießen. Ich musste tatsächlich extra so ein Fenster aufbauen, aber die kannst du wenigstens erhöht auch dran setzen. Aber guck mal, wie viel Licht wir jetzt einfach haben. Hier hinten kann ich die normale Fackel einfach hinstellen. Guck mal, wie schön wir Bäume jetzt anbauen. Boah, man sieht hier mal richtig was. Und ich bin gerade am Verlust und es ist natürlich kein Wasser da, weil ein Herr nicht nachgefüllt hat. Ich war gerade anderwertig beschäftigt, tut mir leid. Nicht nur du, aber du hast es lehr gemacht, es war deine Aufgabe es voll zu machen. Du hast deinen Job versagt. Das sehe ich anders. So, dann kommt hier der Grill hin. Wie gefällt dir jetzt so mit unserer Kochstation das Placement? Geht. Wir finden später ja nochmal umbauen. So ist es ja nicht. Und ich bin hier am Verlust bis das Wasser fertig ist. Kannst du ja zu nur doch ein Smoothie machen. Das Material ist da. Das Wasser ist eh fertig. Und du sagst von wegen Material ist da. Wir haben keine Kokosnüsse verdammt. Und alle brauchen Kokosnüsse. Na gut Leute. Ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem Stream. Sowohl die es jetzt angucken als auch die es im Nachhinein angucken. Für ein Jahr Follower auf Twitch da lassen. Like und ein Abo auf YouTube. Ich verabschiede mich an dieser Stelle.